Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, so zu schwindeln? Sie haben sich alle über mich lustig gemacht, mich ausgelacht. Da hab ich einfach... Da hast du einfach genug. Wenn ich nun gesagt hätte, dass ich dich nicht kenne. Das hätten sie nie getan, Majestät. Was? Schon als ich ganz klein war, hab ich von ihnen geträumt. Sie haben uns eines Tages besucht und ich, ich hab sie ganz allein empfangen. So. Sag mal du, eine Prinzessin Dolgoloki, wie kommst du eigentlich her? Wir sind ja im Institut für junge Mädchen ohne Mitgift, wie wir so unter uns sagen. Meine Familie hat sehr viel Unglück gehabt. Mein Vater ist tot. Und das Gut wurde versteigert, alles. Sogar der berühmte Schmuck, der über 300 Jahre in der Familie war. Hast du nicht einen Bruder, der...